Dach zusammen, es ist Donnerstagabend. Im Pfarrheim des beschaulichen Dörfchens Wipperfeld im Bergischen Land findet, wie jeden Donnerstag, die Kirchenchorprobe statt. Diesmal steht auf dem Programm jener großartige Jubelgesang von Maria, der seit vielen Jahrhunderten in allen Klöstern und in vielen Kirchen Abend für Abend gesungen wird. Magnificat anima mea dominum. Wir singen das Magnificat auf Deutsch und dann kommt jene berühmte Zeile, die auch von Che Guevara stammen könnte. Du stürzt die Mächtigen von Thron und erhöhst die Niedrigen, die Hungernde beschenkst du mit deinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Da ertönt eine Stimme aus dem Tenor und unser Thomas ruft, Das stimmt doch ja nicht. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Tja, hat unser Thomas nicht recht? In dieser Woche wurde der neue Weltarmutsreport veröffentlicht. Und nachdem in den letzten 100 Jahren großartige, ja wirklich dramatische Verringerung der absoluten Armut auf dieser Welt erreicht wurde, über 70 Prozent, geht es allerdings seit 2014 wieder in die Gegenrichtung. Wieder Jahr für Jahr mehr Arme seit 2014 auf dieser Welt, Verursacht durch Kriege, durch Klimakrise, durch den Weizenboykott des Verbrechers Putin. Ist also diese Aussage eine Lüge, dass die Armen reich beschenkt werden? Und als ich darüber nachdachte, wurde mir wieder etwas klar. Ob die tröstende Botschaft gesunder Religiosität war oder eine Lüge ist, entscheidet sich an einem einzigen Punkt, nämlich ob die Botschaft von Ostern war oder eine Lüge ist. Die österliche Botschaft sagt ja, dass unsere Existenz in dieser Welt nur ein Teil unserer Existenz sind und dass all diejenigen, die auf dieser Welt benachteiligt sind, denen es dreckig geht, die Armen, die Verhungernden, die Leidenden, dass sie nicht verzweifeln brauchen, weil die Zusage lautet, wenn ihr durch das dunkle Tor des Todes gegangen seid, spätestens dann wird Gerechtigkeit herrschen, die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Armen reich beschenkt werden und alle eure Tränen werden abgetrocknet werden. Und für mich heißt das, ihr Kinder mit euren hungergroßen Telleraugen, die ihr auf dieser Welt niemals eine Art von Glück erfahren durftet, und ihr Mütter, die ihr diese Kinder beweint, verzweifelt nicht, ihr werdet eure Kinder wiedersehen. Und wenn ihr sie wiederseht, dann werdet ihr Gerechtigkeit erfahren und ihr werdet reich beschenkt werden. Heißt das, dass es ein billiger Trost ist, wie viele Kritiker sagen? Das heißt es natürlich nicht. Es gilt nach wie vor der Satz aus dem Talmud. Wenn du ein Leben rettest, rettest du die ganze Welt. Also mit aller Kraft und mit aller Macht gegen den Hunger der Welt kämpfen, aber in der Gewissheit, dass wir niemals die Hoffnung aufgeben müssen. Hoffnung wieder aller Hoffnungslosigkeit. Fehlt noch ein bitterer Witz über die himmelschreiende Ungerechtigkeit der Verteilung der Reichtümer dieser Welt. Ein Mann steht in einer Schweizer Bank am Schalter und sagt zu dem Banker flüsternd, ich möchte gerne eine Million Dollar in bar einzahlen. Worauf der Banker antwortet, sie brauchen nicht zu flüstern. Armut ist keine Schande. Ja, ja, und im Garten des Lebens ist Gerechtigkeit der beste Dung. Das sagt der Bergische Jung. Das sagt der Bergische Jung.